Warum habt ihr mich gerufen? Warum habt ihr mich gerufen? Weil ich es kann. Ja. Trollträger sind übrigens ganz normale Trollwerfer. Nur mit anderen Namen, wenn man es so hinsieht. Wohin? Gut. Oh, sie kommt langsam an. Oh, sie kommt langsam an. Oh, sie kommt langsam an. So, die Gebiete fangen alle an wieder dunkel zu werden langsam. Wir tun hier Sicherheitshalber mal speichern. Oh, sie kommt langsam an. Oh, sie kommt langsam an. Folgt mir. Vorwärts. Sofort. So, da tun wir erstmal die Gruften der Buben hier finden und ausräuchern. Mir nach. Hier. Schnell. Vorwärts. Sofort. Vorwärts. Sofort. Vorwärts. Wir müssen trotzdem ein bisschen warten, dass unsere Mähe nachdrückt. Vorwärts. Sofort. Für die Freiheit. Eure Versuche jammweilig! Ihr könnt nicht vorbei! Eure Versuche jammweilig! Vorwärts! So, dann müssen wir mal kurz gucken. In welche Richtung wir als nächstes müssen. Ich glaube in der Richtung kommen wir hoch zu den Gottesanbeterinnen. Nein, noch mehr Mumien. Nehmen wir aber alles was hier so rumliegt. Stahlfeuer, das wäre eine nice Waffe dann, wenn wir genug leichte Kriegskunst hätten. Also um die auf... Geschicklichkeit und Wendigkeit, ja. Das heißt, wir werden eine Weile hauptsächlich Geschicklichkeit und Wendigkeit und Stärke pusten müssen. Okay, die Richtung wohl. Ja, vorwärts! Folgt mir! Oh ne, da kommen Mumien runter. Oh ne, da kommen Mumien runter. Zurück mit euch! Schnell! Oh! Der da vorne wird gleich ein Problem haben, wir würden uns nicht beeilen. vor allem, wenn wir ständig an den Trollen hängen bleiben. Ja, euch vor! Willst du mich veralbern? Mit euch vor! Ja, euch vor! Schrieße ihre Nähe! 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 Klan-Brüder zu mir! Ein Gegnerangriff! Ich fühle sie. Ich fühle sie. Jetzt kommen sie wieder von hinten. Ich rieche ihr Schnee. Okay, ein Seenfeld. Portal zum Raben. Was? Ich fühle sie. Ja, heuf vor! Ja, heuf vor! Okay. Hier ist eine Oase. Wahrscheinlich wollen sie hier lagern. Ich späckere diese Oase! Ich späckle sie. Ich späckere diese Oase? Oh, hier ist das. Ich späckere diese Oase! Ich späckere die Oase! Ich späckere sie hier! eure versuche langweilig dann werden wir erst mal gucken woher die mumien aus die auf dieser seite kommen aber wir verlieren schweinchen na gut das ist jetzt halb so schlimm dass wir schweine verlieren ein gegenangriff aber wir verlieren trommel So, dann nachher noch die Sensenläufer da oben ausschalten. Es kann auch sein, dass hier oben unendlich Spawn herkommt. Dass hier oben gar keine Spawngebäude sind, also Gebäude, die Spawnpunkte erzeugen. Werden wir ja jetzt sehen, wenn wir hier hochkommen. Bereits los! Mir nach! Zeit zu sterben! In die Schlacht! Folgt mir! Ihr könnt nicht vorbei! Verteidigt euch! Ihr könnt mich nicht besiegen! Entdeckung! Was liegt an? Die meinen es ernst! Für den Clan! Zu den Waffen! Clanbrüder, zu mir! Bereits! Folgt mir! Mir nach! Vorwärts! Oh doch, es gibt Spawngebäude, gut. Zum Angreif! Schnell! Bringen wir es zu Ende! Bringen wir es zu Ende! Nicht zurück weichen! Oh, die Mumie sind wieder wie Sport hier! Für die Freiheit! Ein Gegenangriff! Krieg! Was liegt an? Oh, ich habe tatsächlich mal einen... ...Meteraden verloren. Ja, heu ich vor! So, ihr greift an. Und ich... ...Klünder? Was habe ich da gerade eingesammelt? Nachtschattenseite. Ah, sehr praktisch. Zurück mit euch! Kämpft! Kämpft! Ihr könnt nicht vorbei! Was sagt eigentlich das... ...Klünder? Eure Versuche jangweilig! Zurück mit euch! Ja! Ja!